Licht gewinnt als gestalterisches Element im Fahrzeuginnenraum zunehmend an Bedeutung. Exklusive Effekte lassen sich durch die Verbindung verkromter und durchleuchteter Oberflächen erzeugen. Hier hat sich BIA aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung im Bereich des Nachtdesign als zuverlässiger Fertigungspartner etabliert. Zur Integration sogenannten Ambiente-Lichts in Chrombauteile kann BIA auf verschiedenste ausgereifte Fertigungsverfahren zurückgreifen. Je nach Anforderungsprofil und Geometrie lässt sich so das optimale Verfahren für jedes Bauteil festlegen. Durchleuchtbare Partien in einem Chrombauteil können beispielsweise mittels patentierter Laser- oder Drucktechnik oder im Umspritzverfahren realisiert werden. Alle drei Verfahren sind serienerprobt und ermöglichen eine selektive Verchromung. So lassen sich filigrane Symbole ebenso herausarbeiten wie aufwendige Texturen oder größere Linien oder Flächen, die im Einbau hinterleuchtet werden. Solche Ambiente-Beleuchtungen rücken neben durchleuchtbaren Symbolen heute zunehmend in den Fokus der Automobildesigner. Hier konnte BIA bereits leuchtende Beispiele seiner Serienkompetenz liefern. Sowohl im neuen Range Rover Sport als auch im Audi Q3 finden sich verkromte Ambiente-Lichtausstattungen made by BIA. Die Bauteile für beide Fahrzeuge werden im patentierten Laserverfahren auf das Bauteil aufgebracht. Im Range Rover Sport etwa wird die seitliche Verkleidung der Mittelkonsole durch eine hinterleuchtbare, konturführende Linie akzentuiert. In der Neuauflage des Audi Q3 sorgen durchleuchtbare Tür-Innen-Verkleidungsleisten und Markenbadges auf der Beifahrerkonsole für optische Highlights im Interieur. Clou der Badges ist es, dass sie im unbeleuchteten Zustand kaum als transluzent erkennbar sind. Dafür sorgt eine feinmaschige Strukturierung der Chromoberfläche – BIA Texture Chrome. In der Tageswirkung als dekoratives Muster wahrgenommen, lässt sie in der Ambienteanwendung ausreichend Licht hindurch. Für den wachsenden Trend der Ambiente- und Funktionsbeleuchtung im und am Fahrzeug rüstet sich BIA durch Entwicklung neuer Technologien ebenso wie durch Optimierung der bewährten Verfahren. So eröffnet beispielsweise die Kombination der Nachtdesign-Verfahren mit einer neuen Galvanic-Folie ganz neue Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Damit könnten sich zukünftig etwa verschiedenfarbige Symbole auf einem Bauteil trotz einfarbiger Hinterleuchtung, ein verbesserter Tagkontrast oder Funktions- und Suchbeleuchtung in einem Symbol realisieren lassen. BIA – Die Oberfläche BIA – Die Oberfläche